Fiktive Person im Real Life. Was sagt ihr? Ist Sailor Moon gut getroffen? Ja, oder? Son Goku allerdings stelle ich mir dann doch irgendwie anders vor. So würde wohl Belle aus Die Schöne und das Biest in echt aussehen. Und Violetta aus Die Unglaublichen ist ziemlich gut getroffen, oder? Auch Joe Gardner aus Disney's Soul finde ich richtig gut. Und nach wie vor finde ich es total krass, dass Computer diese Bilder erstellt haben und dass diese Personen gar nicht wirklich existieren. Like und folgt mir für mehr.